Musik Lukas, wie gerade schon ankündigt, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Gerne. Dein Vater war ja ein erfolgreicher Rennradfahrer. Deine Mutter hat im Handball als Torfrau das Tor gehütet. Wie bist du denn dann zum Fußball gekommen? Ja, ganz klar über meinen Opa. Mein Opa ist der einzige Fußballfan in der Premier League gewesen. Er hat auch einige Überzeugungsarbeit bei meinen Eltern leisten müssen. Aber als Torwart? Nein, also im Tor bin ich erst mit 13, 14 Jahren erst gekommen. Mit 93 bist du ja nicht einer der kleinsten Tore, sondern im Gegenteil einer der großen. Wie stehst du zum Thema Größte bei Torhütern? Ist das eher ein Vorteil für dich mit 93 oder sagst du das eher ungestiegen? Also ich komme sehr gut damit zurecht, muss ich sagen. Klar hat man bei vielen Sachen einfach Vorteile, wenn es mit Luft kommt oder wenn die Bälle echt in die Ecken kommen. Klar hat man den Vorteil. Aber ich glaube, alles was dann Richtung 2 Meter geht, musst du dann schon andere Sachen überlegen, wie du dann auf die flachen Bälle kommst. Aber ich denke, dass ich da gesegnet bin mit meiner Größe und ich komme gut zurecht damit. Sehr gut. Kleiner wirst du ja so schnell nicht mehr, von daher sehr positiv. Was gefällt dir am Torwartspiel besonders? Kannst du das so ein bisschen runterbrechen, pauschalisieren? Ja, es passt einfach zu meiner Persönlichkeit. Ich war immer schon von klein auf eine richtige Wildsau, habe mich in alles reingeschmissen, was ich gefunden habe. Und ich glaube, das kommt mir auch vor allem meinem Torwartspiel sehr zugute. Sehr gut. Jetzt hast du ja mit deinem Alter von 30 Jahren das beste Torwartalter, wenn ich das mal so schimpfen darf. So rückblickend auf die letzten Jahre, was hat sich am Torwartspiel für dich verändert? War es dann positiv oder vielleicht negativ? Es ist brutal geworden, was man schon fußballerisch mitkicken muss und im Spiel auch gar kein Torhüter mehr ist. Okay. Vom Typ her eher alte Schule oder eher der Moderne? Wahrscheinlich noch eher alte Schule, aber in die Moderne reingewachsen. Also natürlich die Jahre jetzt, mein sechstes Jahr jetzt in Deutschland, haben mich natürlich auch geprägt. Und vor allem die letzten zwei Jahre in Unterhaching, wo ja das fußballerische extrem im Vordergrund steht. Und da habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Okay. Wenn der junge Lukas Königshofer heute nochmal vor dir stehen würde, welchen Ratschlag würdest du ihm geben? Würdest du irgendwas anders machen? Würdest du ihm andere Tipps vielleicht geben, die du vielleicht nicht bekommen hast? Oder beherzigen Contests? Ich würde gar nichts verändern. Ich würde vielleicht nüger sein, als ich früher noch war. Bei mir hat das ja alles ein bisschen länger gedauert, als ich dann bei den Profis zum Spiel gekommen bin. Aber im Endeffekt hat sich alles ausgezahlt, die harte Arbeit. Von klein auf, bis ich dann mit, ich glaube, 21, 22 zum Spielen angefangen habe. Und ja, das kann ich den Jungen nur weitergeben. Einfach weitermachen, Gas geben und dann wird die harte Arbeit auch irgendwann mal belohnt werden. Sehr gut. Harte Arbeit ist ein gutes Stichwort. Kommen wir kurz zu uns, zur Keeper Academy. Der erste Kontakt, wie ist der entstanden? Wie stehst du generell zu unserer Arbeit? Hältst du sie dafür wichtig? Welcher Ansatzpunkt siehst du da? Ich finde das generell sehr, sehr wichtig, weil ich auch mitbekommen habe, dass das Thema Torwarttrainer sehr, sehr schwierig ist. Vor allem in kleineren Vereinen, teilweise auch bis hoch zur dritten Liga, die sich keinen hauptamtlichen Torwarttrainer leisten können. Und einfach die Entwicklung der Torhüter, egal in welchem Alter, einfach stagniert. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und ja, dann habt ihr schon den richtigen Ansatz gefunden. Und ich glaube, dass es ein richtig, richtig gutes Thema ist. Und ja, ich bin froh, dass es sowas auch gibt. Danke, das hören wir gerne. Ja, gerne. Jetzt warst du ja in Deutschland schon in vielen Regionen vertreten. Im Hallerschaftsee warst du im Osten tätig, danach beim Stuttgarter Kickers und in Haching im Süden. Jetzt bist du im Westen gelandet. Natürlich die Frage, wann geht es in den Norden für dich? Ich hoffe, dass ich jetzt mal länger im Westen bleibe. Also es ist schön, andere Gepflegenheit kennenzulernen und andere Orte kennenzulernen. Aber irgendwann einmal reicht es auch. Das Übersiedeln ist mühsam. Und ich denke mal, hier habe ich es sehr, sehr gut erwischt. Auch mit der Umgebung und die Lebensqualität ist sehr, sehr hoch. Also von mir aus kann das jetzt mal einige Jahre hier bleiben. Super. Perfekt. Fangfragen. Hier als österreichischer Landsmann, was empfällt dir besonders gut hier in Deutschland? Die Mentalität zum Sport generell. Nicht nur Fußball, sondern wie viele Emotionen hinter dem Sport sind. Das haben wir Österreicher nicht ganz so. Nur bei Großeignissen, sag ich mal. Das fehlt uns in Österreich im Vergleich zu Deutschland sehr. Und das genieße ich hier auch extrem. Also wenn man da in der dritten Liga in Riesenstadien spielt, die teilweise echt voll sind, da kann sich die österreichische Bundesliga teilweise schon was abschneiden. Sehr gut. Deine Antwort fast die nächste Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, was unterscheidet den österreichischen und den deutschen Fußball stark voneinander? Könnt ihr festhalten, dass wirklich die Emotionen sind, das Mitfieber des Ganzen, das Begleiten des Vereines? Ja, absolut. Also in Österreich muss wirklich die meisten Vereine ums Überleben kämpfen, auch in der Bundesliga. Wenn man sich allein die Trikots anschaut, wie viele kleine Sponsoren da mit allen zugeklebt ist, da geht es echt um Überlebenskampf. Wenn man sich die Stadien anzieht, ist es dasselbe, obwohl es schon in eine richtig gute Richtung geht. Die großen Wiener Vereine haben jetzt neue Stadien bekommen, Salzburg hat ein gutes Stadion. Ja, die guten großen Vereine sind super in Österreich, aber es fällt leider sehr, sehr stark ab. Okay. Jetzt hast du ja mit dem KFC Oerdingen sehr, sehr gut getroffen. Mit welchen Zielen bist du nach Oerdingen gekommen? Kann man das noch ein bisschen runterbrechend definieren? Ja gut, klar, dass ich die Nummer 1 sein will, das war ganz klar, wie ich aus Unterhaching weggegangen bin. Und ja, mit 30 Jahren ist auf gar keinen Fall noch Schluss und ich bin einfach so ehrgeizig, ich will nicht mal zu Hause ein UNO-Spiel verlieren. Klar geht es darum, dass ich nochmal in eine Liga höher komme. Und ich denke, dass ich da beim KFC Oerdingen gute Voraussetzungen habe. Es ist die Liga sehr, sehr ausgeglichen und da wollen einige Mannschaften eine Liga höher. Aber das ist absolut mein Ziel, dass ich in nächster Zeit nochmal höher klassisch spiele. Das Thema Wohlfühlen ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Wir haben die letzten Spiele von dir betrachtet, ein besonderes Spiel gegen Dortmund, was natürlich herausragend war. Fühlst du dich hier in Krefeld wohl? Bist du angekommen? Absolut, also die Eingewöhnungsphase ging extrem schnell. Obwohl ich der Typ bin, dem das nicht schwerfällt. Thema Wohnung, Umzug und sowas, das dauert natürlich eine Zeit. Aber es hat diesmal zum Glück besser funktioniert als die letzten Male. Meine Freundin ist jetzt auch mit mir in Düsseldorf. Also es funktioniert besser als erwartet, muss ich sagen. Sehr gut. Lukas, deine sportliche Leistung, dein Ehrgeiz hast du oft genug hier schon bewiesen in Krefeld. Jetzt haben wir noch einen kleinen Challenge für dich vorbereitet. Wir wollen einmal testen, wie gut du dich hier schon auskennst. Okay. Oedinger Straße, das Stadion, den Zoo. Den wirst du wahrscheinlich schon kennengelernt haben. Die Gegend kenne ich schon. Wir schauen gleich mal aufs iPad. Was es sonst noch in Krefeld gibt, machen wir dir ein kleines Quiz. Alles klar. Bleib gespannt. Lukas, kleiner Location-Wechsel. In der Alterbe in Grotenburg angekommen. Habe ich ja schon angerissen. Werden wir dich mal so ein bisschen auf deine Krefeld-Tauglichkeit testen. Wie weit du angekommen bist, was du schon kennengelernt hast, was auch nicht. Schau doch mal aufs erste Bild. Ja gut, das ist eine Bierflasche. Ich hoffe nicht das Kabinengetränk. Bierflasche bist du schon weit vorne mit dabei. Ich bin ja voll Profis. Definitiv. Ja gut, ich kann mir einige Sachen zusammenreimen. Also ich denke mal, dass das das Königshofer Bier sein wird. Ist das einzige Bier, was ich dabei kenne in Krefeld? Natürlich. Als Krefel der Brauerei mit dem Nachnamen machen wir den Elfmeter natürlich rein und nutzen die Chance. Das ist natürlich das Königshofer Bier. Ja super. Dann liegt es natürlich schon ganz, ganz richtig. Schauen wir mal weiter. Gut, ich schätze mal, das ist nicht die Geschäftsstelle und ich denke mal vom Präsidenten auch nicht das Haus. Obwohl es wahrscheinlich ähnliche Größe haben könnte. Wäre eine Option. Wäre eine Option. Ja. Könnte, schaut ähnlich aus wie unser Parlament in Wien, aber ich schätze mal, dass das vielleicht ein Museum sein könnte. Also ich habe noch keine Villa vom Herrn Ponomareff in Krefeld gefunden, auch noch nicht aktiv gesucht. Museum kommen wir schon ganz nah hin. Ja. Ja. Ja, schwer zu sagen. Wir könnten in Krefeld auch einen Schriftzug drauf haben. Ja, ich befürchte, ich befürchte, dass unsere Social-Media-Teilung da fleißig zu Gang war und die Schriftzüge weg gemacht hat. Also das Museum ist schon mal sehr, sehr gut. Es ist kein Herrn Ponomareff-Museum, kein KFC-Museum, ist bei uns in Krefeld das Kaiser-Wilhelm-Museum. Okay, gut. Du warst aber schon sehr nah dran. Gut, das ist der Zoogrefer. Das ist einfach. Das ist einfach. Also da bin ich ja schon des Öfteren dran vorbeigefahren. Das ist ja bei uns gleich ums Eck. Ja, im Stadion hört man den Zoo auch sehr, sehr gut. Die Affen grüßen ganz freundlich, wenn das Training ist. Genau, genau. Des Öfteren denke ich. Ganz klar der Zoo. Natürlich der Kräfer, der Zoo. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ich sage mal, Aussichtsturm Krefeld kann ich nicht viel falsch machen. Aussichtsturm Krefeld ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Viele Fußballer haben ihn auch schon in der Vorbereitung kennengelernt, um die Treppen zu laufen. Oh, okay. Zum Glück noch nicht. Sei froh drum. Er ist wirklich sehr, sehr hoch. Das ist der Aussichtsturm am Hülser Berg in Krefeld. Okay. Also sehr, sehr schön. Ich hoffe, es bleibt beim Foto. Geh da mal mit deiner Freundin zusammen hin, dann siehst du einiges von Krefeld. Und ich hoffe, lass den Trainer zu Hause, sonst wird es echt hart. Alles klar. So. Boah. Ja. Burglin. Boah. Boah. Weltklasse. Das ist auch eines der ersten Sachen, die ich gehört habe, wie ich nach Krefeld gekommen bin. Das soll richtig geil sein. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, da hinzuschauen. Aber wie man auf dem Foto sieht. Wunderschön. Ganz nettes Eckchen. Nimm das Foto nicht mit nach Hause. Zeig es nicht deiner Freundin. Wenn ihr mal vor habt zu heiraten. Sehr begehrte Hochzeitslocation. Okay. Da zeigt ihr das nicht. Verständlich. Jetzt bin ich gespannt. Du siehst auf dem Foto noch ein etwas anderes Logo. Das ist das Logo von Bayer Berlin. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also ich weiß, dass bei uns im Offenheitsraum sehr sehr viele Fotos herumhängen. Und auch von diesem Herrn. Ja. Mit Namen habe ich es leider nicht so. Aber ich weiß, dass das einer von den Pokalhelden 85 oder 85 war. Boah. Lukas. Ja, das merke ich mal. Halbwegs gerade Zahl. Ich bin begeistert. Ja, den Namen weiß ich jetzt leider nicht. Den müssen wir jetzt sicher gleich verraten. Natürlich. Aber ich schätze mal, dass das einer von den Pokalhelden sein wird. Absolut. Die Oedinger haben in den vielen Jahren viele, viele tolle Torhüter hervorbracht. Simon Jentsch, Bernd Dreher, Lukas Königshofer. Viele tolle Torhüter dabei gehabt. Das ist Werner Vollack. Okay. Einer der Pokalhelden 1985. War ja nicht ganz so falsch. Da lagst du ganz nah. Sehr gut. Ich würde sagen, Test bestanden. Ja, Gott sei Dank. Herzlich willkommen in Krefeld. Ein Krefeld. Ein Krefeld, ja. Also von uns aus kannst du natürlich gerne bleiben. Sehr gerne, ja. Aufgrund deiner Leistung würde ich das Ganze auch bestätigen und so unterschreiben. Super. Viel Spaß und viel Glück weiter in Krefeld. Ja, dankeschön. Lukas, ich sehe, du hast uns noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Absolut. Das sieht schwer nach deinen Arbeitswerkzeugen aus. Genau. Ich hoffe doch vom Spiel gegen Borussia Dortmund, die FB-Pokal, leider 2-0 verloren. Sind sie das wirklich? Also ich habe zwei Paar beim Dortmund-Spiel benutzt. Ein Paar ist an meinen Opa gegangen, der kriegt immer die besonderen Sachen und das zweite Paar ist genau dieses. Das habe ich extra aufbehalten für besondere Anlässe. Sehr cool. Und ja, habe ich sie extra mitgenommen. Die sind für uns. Perfekt. Die Handschuhe wird Lukas natürlich gleich noch unterschreiben. Die werden wir für unser Gewinnspiel nutzen. Seid gespannt, was damit passiert. Lukas, schau mal. Rein zufällig habe ich da was vorbereitet. Rein zufällig. Super. Zweiter Handschuhe noch einmal. Da klebt sogar noch das Gras in der Düsseldorf Arena drauf. Sehr gut, danke. Halt den Schritt durch fest. Wir haben natürlich noch unser Keeper Academy Shirt. Super. Ja, das ist unser Keeper Academy Trikot. Da werden in allen unseren Sendungen auf Keeper Academy TV alle Torhüter, alle unsere Gäste unterschreiben und am Jahresende werden wir das Trikot für einen guten Zweck versteigern. Darf ich der Erste sein? Das ist der Erste, natürlich. Perfekt. Schaut her. Erste Unterschrift ist drauf auf dem Trikot. Wir freuen uns und sind gespannt, wer noch alles folgen wird. Danke dir dafür. Ja, gerne. Ich gebe das Ganze weiter und dir viel Glück am Wochenende. Super. Danke dir.